Am Abend war ich dann noch auf diesem Abi-Ball eingeladen, weil ich für die so ein Video gemacht habe und das wurde dort gezeigt und dann wurde ich auch geehrt, irgendwie vor so tausend Leuten. Was? Ja, war ganz lustig und ich glaube, das wäre es jetzt zum Wochenupdate. Aktuell für uns, wir haben Donnerstag, heute ist Feiertag, morgen haben wir frei von der Schule aus. Ein Glück. Und Samstag, Sonntag haben wir ja so oder so frei. Also haben wir ein langes Wochenende mit richtig geilem Wetter, richtig schönen Sonnen. Wir haben uns schon verabredet bei Finn zu einer Pool-Party. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuts sound around. So if you're coming off the street, ain't you're beginning to feel the heat? Well, listen, Pastor, you better start to move your feet to the rockiness, rocksteady beat of madness. Hey, ihr glaubt gar nicht, was es für ein Aufwand war, diese Ente hier hinzubringen. Damit bist du noch軟ig und lernt zusammen und blaugsch Das sind die Nach 발생fälle. Ich heissen, die nach dem Tod. Ich lege- Untertitelung des ZDF, 2020